Ja, nein, am Anfang haben wir sicher mega, also es war schwierig, sie haben extrem gut gespielt. Aber im dritten Satz waren wir mega konstant und ja, da ist es immer einfacher und sicherer geworden. Ja, kann man schon sagen, also jetzt sind wir gerade voll im Flow. Wir müssen schauen, dass es dann bleibt, aber ja, kann man schon so sagen. Ja, sicher einen schönen Abend zusammen haben und dann früh aufstehen, morgens essen, mental auch bereit sein und das andere Team analysieren und genau so etwa. Ja, jetzt kommt es gut. Es ist mega speziell, es ist auch ein bisschen im Druck, dass man den Titel verteidigen muss, aber es ist ein mega schönes Gefühl und ich freue mich mega. Ja, also ich denke generell haben wir es mega gut im Team, wir können uns vom Druck mega entlasten und ja, selber kann man einfach für sich durchlaufen und denken, es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder im Finale zu sein. Ja.